Sonnenuntergang segeln von 18 Uhr bis 20.30 Uhr. Wir werden zwei Strände besuchen, inklusive im Preis sind Wasser, Icy Lemon, Icy Beach, Apfelsaft, Orensaft, Sodawasser und ich werde euch einen schönen Fruchtsalat machen. Wenn es windig sein sollte, werden wir auch Segeln gehen. Ich hoffe euch auf dem Boot zu sehen. Bei irgendwelchen Fragen bitte nur melden über WhatsApp, E-Mail, Telefon oder bei uns im Büro. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.